. Viel Kampf und ein bisschen Glück. Die SG Neukölln sichert sich an einem Wochenende den Verbleib in der DWL-Elitegruppe A. Zwei Siege waren gegen den Duisburger SV Pflicht, zwei Siege wurden abgeliefert. Saisonziel also erreicht und das mit der doppelten Portion Spannung. Ich bin wieder zehn Jahre älter geworden auf der Bank und bin am Ende einfach nur unglaublich glücklich. Wie das zustande gekommen ist, ist mir ganz egal, aber die Jungs haben gekämpft. Spielerisch war das nicht das Gelbe vom Ei, aber letztendlich zählt der Sieg und wir bleiben in der A-Gruppe. Vor allem am Samstag beim zweiten Spiel der Serie taten sich die Berliner schwer. Bis zum letzten Viertel schwamm die Jungs in den weißen Kappen der Duisburger Führung hinterher. Die Spreewasserballer glichen ein ums andere Mal aus, gerieten dann aber immer wieder in Rückstand. Der Grund? Besonders mit einem Mann mehr die Recken von Florinelle Chirot ohne Durchschlagskraft. Aus 14 Überzahl-Situationen folgte nur ein Tor. Erst im vierten Spielabschnitt konnten die Spreewasserballer durch Alexandre Kazakischwili den Spieß umdrehen. Der georgische Nationalspieler mit dem zwischenzeitlichen 6 zu 5. Die Berliner mit diesem Zähler auf Erfolgsspur und aus der konnten die Hausherren auch nicht mehr gedrängt werden. Ein 8 zu 7 Heimsieg bringt den DWL-Showdown. Und Co-Trainer Carsten Österreich fasst die vorzeitige Rente. Das Spiel war nicht hübsch, hat keinem gefallen, das war nur spannend und wir haben gewonnen. Das ist die Hauptsache. Das vierte Viertel, das war der Fall. Ich bin sechs Jahre älter geworden, deshalb möchte ich nicht normaler. Morgen bitte nicht. Der Wunsch schien zunächst in Erfüllung zu gehen. Die Neuköllner mit einem Blitzstart. Eine 3 zu 0 Führung nach sechs gespielten Minuten. Aber einen entspannten Sonntagssieg. Kunste knicken. Der DSV kämpft sich mit Wille zum 3 zu 3 Ausgleich. Damit aber nicht genug. Die Westdeutschen mit Comeback-Moral. Zwei Tore Rückstand werden von den NRWlern fix pulverisiert. Nils Elsenpeter zum zwischenzeitlichen Ausgleich 6 zu 6. Die Jungs von Carsten Berg ohne Gedanken ans Aufgeben. Also wir haben bis zur letzten Sekunde, also ich sag mal bis zum 11,8 im Prinzip dran geglaubt. Doch Glaube allein schießt keine Tore. Dafür aber Erfahrung. Die DWL-Routiniers Andreas Schlotterbeck und Sascha Pacina jeweils mit einer Bude. Die SG sichert sich mit diesem Kraftakt den Verbleib in der höchsten deutschen Spielklasse. Herzlichen Glückwunsch. Das erste Spiel war schon echt anstrengend. Es war ja nochmal eine Spur knapper als jetzt gerade. Aber ich denke, wenn es so hitzig ist wie gerade eben, dann merkt man es einfach nicht mehr. Und man zählt einfach nur noch die Tore und die Sekunden bis es vorbei ist und man das Spiel endlich gewonnen hat. Na dann mal fix die Beine hochgelegt. Lange ausruhen? Fehlanzeige. Bereits am kommenden Samstag muss die Schwimmgemeinschaft wieder ran. Und dann heißt es Playoff-Time. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.